Letzte kurze Frage, es hat am Ende dieses Spiels eine unschöne Begegnung von Leverkusen- und Frankfurt-Fans gegeben. Da sollen extra ein paar Frankfurt-Ultras hierher gereist sein, um Leverkusen eine unliebsame Bekanntschaft zu machen. Was sagen Sie dazu? Ja, die haben sich wahrscheinlich ausgeredet und haben sich halt mal ein bisschen gekloppt. Ist ja, für das das jetzt so lange kein Fußball war und die Team-Möglichkeit nicht oft. Aber wenn es beide gewollt haben, dann ist es ja okay. Wenn es beide wollen, dann ist es okay? Ja, warum nicht? Passiert ja öfter, gehört auch irgendwie zum Fußball oder ist ja, ihr könnt wieder über was berichten. Die haben Spaß beim Kämpfen, wir müssen Interviews dazu beantworten und jeder hat was davon. Ist ja nichts Schlimmes. Alles klar. Ich würde nicht. Das einen ticket. 3 3 2 3 4 5 S 6 Vielen Dank.